Wirklich sehr schön, Frau Hilde. Wir sind jetzt von Kindern vorbeugekommen. Lesen Sie uns, haben die irgendwas gesehen? Ich bin sicher, dass sie hier landgefahren sind. Es war in von Monte Carlo. Eben! Ja, mein Lumpilein, mach ein feines Kapperchen. Nein, machst du das? Frau Wansen, Sie sehen so gut aus. Waren Sie beim Friseur?